hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde minecraft mit mir und dem day und dem brennenden piloten 77 da 777 wieso brennt der? der ist hier reingerannt guck denn wir spielen wieder deathrace warte mal kurz mal könnt ihr hier ein game voten aber ich weiß gar nicht mehr wie das hieß was ich als letztes hatte das kann ich dir auch nicht sagen aber das was ich als letztes hatte was ich geschafft habe das war das was wir als erstes hatten also der witz ist hast du ein videobeweis? ja habe ich ich bin auf platz 12 und es war sogar wir waren kurz bevor wir aber beim letzten mal wo wir hoch gesprungen sind weißt du dieser smaragd bereich da oben ist das ende schon das war mal quasi kurz davor ja das ist du bist dann sehr sehr schnell also da der gegner kann nicht mehr viel machen wenn du da hinten bei diesen smaragd teilen bist weil da kann er keine fallen mehr auslösen sobald du da hinten bist bist du eigentlich durch kannst du kannst zwar immer noch runterfallen ja genau die map hier immer dieses intro video ja ja das ist aber die map hier die finde ich auch am dies am angenehmsten versteht man am leichtesten finde ich und ich finde du musst einfach nur gucken wo ist gerade der controller weil wenn der nicht da ist kann ja genau das war ja am anfang unser fehler wir haben einfach gedacht da überall sind wirklich fallen ich muss sagen ich fände es vielleicht sogar fast besser wenn die fallen generell waren also generell irgendwie aktiv wäre dass man wirklich sagen muss jeder muss so kaschis kasse like wirklich durchkommen und es ist das finde ich besser wenn der timer auch allgemeiner teiler vielleicht teiler weil ich schon timer ist diese merken doch nicht geschafft das ist ja die mit dem schiff am ende aber da war ich nur bis zum schiff durch gute ist dass du einfach schon bei unseren sachen was ich habe ja ja so stimmt ja aber aber super natürlich ordentlich wasser map hier ja okay der kann den roten weg machen also nur die grünen sind safe haard bin durch durch ich jua chefs tueja achtet kommen nur nur solche teiler nach oben an dies aber nicht ganz gut dabei die auch. Die Typen sind anscheinend schon wieder weg. Wow, nein! Das sind diesmal bei den Smaragden TNT Fässer runtergefallen. Ja, also habe ich auch gerade gesehen. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Scheiße. Nein, schnell durch! Das hier bin ich total schwer mit den Smaragden. Ach komm ey! Ich hüpfe da immer drüber. Ich muss noch mal gucken. Beim letzten Mal habe ich irgendwas rausgefunden, wie es funktioniert hat gescheit. Aber scheiße, das hält mich jetzt gerade ultra auf hier. Mich auch, ich bin genau neben dir. Vielleicht irgendwie am Rand mal gucken. Nicht mit Speed springen, einfach ohne Speed. Ja, da geht's. Den ersten Sprung muss ich ohne Speed machen. Oh fuck. Oh nein. Ich weiß nicht, was da wegfällt. Ah, die Roten fallen weg. Die Orangischen bleiben. Bist du hochgekommen? Ähm, ja. Ich habe nur noch ein Leben. Lösen sich jetzt die Roten auf, oder nicht? Mal gucken. Scheiße. Ja, in der Speed komme ich da nicht drauf. Oh, irgendwie leckt das gerade. Scheiße. Wutz. Ich habe den einen Sprung, nicht den letzten. Jetzt habe ich ihn. Dumm, 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 dumm. Los, los, los. Yeah. Noch ist keiner im Ziel, oder? Ich glaube nicht. Geht das ja leicht. Geht Stage 4. Ja, das ist nur deswegen leicht, weil da keiner mehr gerade drückt, glaube ich. Ansonsten wäre das halt ultra schwer. Aber vielleicht ist da schon welche da. Man weiß es nicht. Obwohl die Zeit nicht kürzt. Ne, solange die Zeit nicht läuft, ist noch keiner im Ziel. Man muss auch sagen, das Ende hier, das Ende hier ist noch ein ganz schönes Stück. Also das ist, da fehlt noch ein ganz schöner Batzen am Ende dann. Okay, würde man nochmal abgeschossen werden, möglicherweise. Ja. Stage 5. Ich bin hinter dir. Ich spektate. Oh nein. Typ. Okay, das geht ja. Hat ja die Decke eigentlich ganz gut, die man benutzen kann. Ja. So, dann hier hoch. Oh ja, jetzt mal. Ja. Oh, einer hat gefinisht. Ja. Okay, jetzt hier runter. Oh, jetzt sind wieder Dinge. Ja, ja, hier ist auch das Finish, nämlich. Deswegen. Ja, du musst hier drüber. Musst du mit Anlauf machen, würde ich sagen. Ne, nicht mit Anlauf. Du musst nur an diese eine Kante kommen. Und jetzt hier runter in die Netze. Scheiße. Ich bin neben die Netze gesprungen. Hehehe. Achso, dann ist es nicht mal weit, nur Sprung, Sprung, Sprung aufs Schiff. Ja, genau. Da ist nämlich das Ende dann. Oh ja, du hast es. Jetzt musst du da wieder rauskommen. Ja. So, jetzt. Und go. Los, 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 los. Wir möchten dich auf der Tribüne sehen. Ja. 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 Dritter. Oder nee? Scheiße, welcher Platz bin ich? Noch, dritter. Ernsthaft? Dritter. Ja. Geil. Yay. Yay. Ich hab's geschafft. Yay. Guck mal, ich kann mich selber angucken. Oh, stimmt tatsächlich. Ist das auch gut? Weil es da in Wirklichkeit oben draufsteht. Ja, nee, nee, dachte ich auch erst, aber tue ich nicht. Aber geil. Ähm, unten, Death Race 8 ist wieder gerestartet. Achso, Death Race 8. Ja. Aber komm, hey, das war doch gar nicht mal schlecht jetzt. Jetzt bin ich schon auf Platz 3 mal gekommen. Super. Also, ich hab's nicht durchgeschrippt. Wow, aber ich hab auch nicht gedacht, dass ich so weit vorne war. Hätte ich nicht gedacht eigentlich. Ich dachte, dass ich wieder so im Mittelfeld lande. So irgendwie 8, 9 vielleicht. Aber anscheinend bin ich da in der Mitte ganz gut durchgekommen. Aber ich fahre ja ganz froh, wenn ich einfach mal durchkomme. Hm. Es macht aber schon irgendwie echt Spaß, finde ich. Also, wenn man da noch ein paar Feinheiten dran ändert, finde ich das richtig, richtig gut. Also, es ist wirklich so ein bisschen, man könnte, was ich auch mal geil fände, wäre, wenn es echt so wie wäre, wie Takeshi's Castle. Jeder hat ein Leben. Und immer wer durchkommt, ist dann halt wirklich so ein Hardcore-Teil. Dass man halt wirklich sagen muss, du musst scheiße aufpassen. Oh, ich bin hier, glaube ich, in der Geheimat. Okay. In den Köpfen. Aber wie fändest du das, wenn man sagt, man macht so einen neuen Mod, der heißt dann einfach Minecraft Castle. Gibt's bestimmt. Ja, aber vielleicht nicht so krass. Also, auf den großen habe ich zumindest ja sowas noch nicht gesehen. Da wäre ich echt mal, das würde ich, glaube ich, dauerhaft machen, die ganze Zeit, diesen Mod. Oh, das ist jetzt aber eine andere. Ich brenne immer noch. Oh, mit am Anfang mit klicken, auf jeden Fall, ist das gut. Oh, ähm, ja, die sind definitely... Ah, doch, die, ich erinnere mich. Ah, die habe ich schon mal. Ja, die habe ich geschafft. Ja, ich war auch kurz dann davor. Oder, war das die? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube fast, dass... Doch, doch, das war die. Weil dieser Sprung hinten, der letzte, da ist nämlich das Finish. Also, ich finde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du am Anfang schnell genug sein kannst, dass du rüberkommst, bevor sie den ersten Klick machen. Ich glaube, es geht fast nicht. Ja, deswegen, ich war da auch so. Ich habe lieber gewartet. Ja, ich glaube, ich bleibe beim ersten Teil einfach stehen. Hier vorne auch bei den Pfeilen. Nee, genau, einfach einmal kurz, einfach kurz warten. Ja, ja, die erste Wave, glaube ich, killt einen immer ansonsten. Ich glaube nicht, dass man durchkommt. Uah. Ja, muss, kannst dazwischen stehen bleiben. Natürlich geht's, klar, ja. So, jetzt kurz warten. Und jetzt drüber. Scheiße, ich will kurz warten. Scheiße! Ah, Dreck. Ja, hätte ich mir auch lieber da kurz gewartet. Nein, ich bin echt daneben gesprungen. Oh mein Gott. Das ist wie? Ach, die Scheiße. Oh nein, dämlich. Oh Mann, was mache ich denn? Oh, hier ist dieser Gang, wo du nicht gesehen hattest, einmal, dass da Wasser dritt ist. Ja, uah, und ich wäre schon wieder fast reingelaufen. Quasi, als du es gerade gesagt hast, ist es mir gerade wieder eingefallen dann. Oh nee, nicht die Stille. Oh nein. Oh nö, das ist doch ätzend. Wow. Komm, 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 ich schaffe es. Nein. Oh Mann. Wieder nicht gesprungen, einfach nur. Ich bin kurz vom Ziel. Oh, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Oh Mann. Ich muss echt mal wieder mehr so Jumpingsgeschichten machen. Scheiße, ich bin runtergefallen. Oh nein. Ich bin am letzten Sprung vorm Ziel, bin ich runtergefallen. Stage 5 das letzte? Ja. Mal gucken. Oh, nö, ist leider jetzt vorbei. Ah, scheiße. Scheiße, ich war echt kurz vorm Ende. Den letzten Sprung habe ich nur verkackt, leider wieder. Ach Mist. Schade, schade. Ah, schon geil. Okay, aber dann verabschieden wir uns auch für diese spannende Death Race Folge und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ah, ich dachte, ich bin durch den Boden gefahren. Ciao. Ciao.